Waschen und Müll rausbringen, das war meins. Deacon, bei dir steht Abwaschen und das tut es schon seit fünf Jahren. Vampire spüren kein Geschirr. Das ist voll bescheuert. Wenn vier Vampire in einer BG zusammenwohnen, gibt es natürlich immer eine Menge Spannungen. Ich sollte eigentlich Miete zahlen, aber ich mach's nicht. Dicken ist von uns eher der rebellische Typ. Er macht andauernd verrückte Dinge, sagt verrückte Sachen. Bist du noch Jungfrau? Nein, bin ich nicht. Ich glaube, wir trinken das Blut von Jungfrauen, weil... Das klingt cool. Viago ist ein viktorianischer Dandy. Sieh, eine Geistertasse. Vladislav ist ein toller Typ, vielleicht ein bisschen pervers? Das ist meine Folterkammer. Man nannte mich Vladislav den Stecher. Wir müssen immer gut aussehen. Das schaut echt fesch aus. Ich stehe auf eine Luft, die mich dort aber unwiderstehlich nenne. Und voilà, wir sind fertig, um loszufahren und zu feiern. Vampir Style! Wenn man ein Vampir ist, wird man sehr sexy. Wie sind wir hier nur gelandet? In diesem Drecksloch. Du bist ein Filmstar, schon vergessen? Willkommen! Komm hin 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 hin, Vielen Dank.